Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Stronghold Crusader.de, wir befinden uns im Endspurt des Kreuzzuges, wir zocken jetzt Mission 46, der Albtraum, das wird tatsächlich ein Albtraum, deswegen müssen wir mal hier so sehr langsam stellen, ich weiß auch noch nicht so ganz, wie wir das machen wollen, aber wir probieren es, ups, sollen wir uns ja die Pfeil tasten, oh scheiße, wir haben keine Kreuzzugtruppen und wir haben auch nur wenig Ressourcen, na ups, das wird brutalst, wir probieren trotzdem unser Bestes und werden so schnell wie möglich ein paar Armbrustschützen holen, ups, falsche Richtung. So, ich weiß nicht, ob das der beste Start ist, den man wählen kann, wir können auf jeden Fall mal gleich, Sie können versuchen, die anderen anzuzünden und sie dadurch in ihrem, in ihrer Anfangsphase stark einzugeschränken. Ach, es werden Rekruten benötigt, sei er. Waffen geschultert. Einfach mal hier die paar Armbrustschützen stellen. So. Und mal ein paar Nahkämpfer. Versuchen wir gleich, den ersten zu finishen, damit wir halt so schnell wie möglich ein Gate rankommen. Das muss halt jetzt unser Plan sein. Ich werde nochmal die ganzen Landenträger dazu holen. Ja. Ah, hat noch nicht so viel Geld ausgegeben, das ist sehr gut. Das verhindern wir ja auch in dem Sinne, dass wir, dass wir keine Leute haben zum Rekrutieren. Ähm, ja. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnade. Gibt mal Kohlen her. Wohin gehen wir? Sire, ladet nach. So. Ja, ist mir egal. Kurzer Prozess, so gut wie tot. Allzeit bereit. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen weiter nach vorne auf. Mit den sieben Armbrustschützen kann man, glaube ich, der Ratte nicht so wirklich gefährlich werden. Da können wir jetzt ganz auf Steinen verkaufen. Da kriegen wir noch ein paar Bogenschützen dazu. Ich brauche hier jeden Mann, der uns verteidigt. So, wann gehen den hier mal kaputt? Gehen wir noch ein paar Bogenschützen? Ne, zur Schlange kriegen wir die nicht rüber. Und die Ratte hat doch ein paar zu viele Verteidigungsanheiten, dass sie da noch durchkommen. Zur Stelle. Achtung. So. Vorwärts. Gehen wir nochmal hier oben hin. Geht alles ganz gut im Moment voran. Klar, dauert jetzt alles ein bisschen lange. Aber so müssen wir spielen gegen so eine gegen so eine Übermacht. Und Marsch. Euren Wunsch. So, solange ich hier natürlich fackelt, können wir hier überhaupt nichts machen. Können wir nicht einfach mal hochlaufen. Die Teile wollen ja aber leider nicht kaputt gehen. Waffen geschultert. Aufwärtsschießen. Oh, sehr schön. Die treffen die mich nicht. So. Wer ist hier? Richard. Ich hoffe nicht, dass seine Katapulten nicht rankommen. Rücken aus. Bereits eure Lortz. Ich glaube, wir gehen da einfach noch ein Schrittchen näher. Ich kann ihn schon mal versuchen, empfindlich zu schwächen. Ja, bitte. So. Nein, das brennt wieder vorne. Ihr könnt auf uns zählen. Zur Stelle. Sehr schön. Ich soll es noch mal probieren. Zeitbereit. Eie, scheiße. Äh, schlechte. Oh nein. Ja, das lief er gut. Und, äh, top gelaufen. Ja, das war top. So, wir werden mal ein paar Lanzen herstellen. Achtung. Na, ragt mich ja nur minimal auf. Ich hoffe, wir haben uns vielleicht trotzdem das hier anzugucken. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Esel. Na, hups, ne, das war die Gnuss an. Na, wir müssen schneller. Weicht den Pfeilen aus, Leute. Jetzt gucken wir hier so ein bisschen. Die kommen vielleicht noch weg. Ja, sehr schön. Was brennt, das brennt. Sagen wir mal. Das schaffe ich nicht. Vielleicht hätte ich doch eher, äh, Schwertkämpfe kaufen sollen. Also komme ich jetzt ja kaum an Truppen ran. Ich glaube, das startet nochmal schnell neu. So. Der Anfang muss halt einfach klappen. Wir benötigen mehr Steine. Ja, hast du doch. Da die Katapulte von rechts kommen, werde ich mir jetzt einfach zu dieser Seite ausbreiten. Vielleicht sind auch 15 Amor-Schützen einfach mal zufrieden. Das kann auch sein, dass ich da eine andere Priorisierung wählen sollte. Dann machen wir mal lieber hier hin. Egal. Ähm. Das ist ja ganz gut. Da die Katapulte von rechts gehen. Genau. Ah. Wir benötigen Gold. Oh shit. Äh, okay. Das Nicht-Anfackeln war eine extrem schlechte Idee. Naja, jetzt muss ich damit leben. Okay, dann sollten wir ein bisschen Gold bekommen. Ja, wir kriegen ja so oder so 500 von ihm. Ich glaube, selbst wenn er 2000 besitzen sollte, kriegen wir nicht mehr als nur 500. Äh, ja, Kohle. Wir haben uns jetzt hier mal ein bisschen über unsere Leute besorgen. Wohin gehen wir? Vorwärts! Hm. Ich glaube, die Piken werde ich eher verkaufen. Bin zur Stelle. Bogenschützenbereit. Zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Hm. Ja, das Anfackeln wäre doch eigentlich ziemlich nützlich gewesen. Bin zur Stelle. Waffe, mein Herr. Kriege ich jetzt hier noch? Irgendwie Kohle. Na, kann ich irgendwie ein bisschen zu mir triggern? Ja. Und los! Können wir da ordentlich hinschießen? Nein, nicht wirklich. So, na ja. Also, das ist jetzt wieder so ein schleichendes Game, aber ist egal. Da läuft ja trotzdem. Womit kann ich dienen? Vielleicht hätte ich sogar noch mehr, noch chilliger spielen sollen und keine Weltkämpfer hätte bauen sollen. Wir versuchen ihn trotzdem mal anzubrennen. Ihr seid der sechstgrößt. So, die sind nie verkehrt. Vielleicht? Ja, seine ganzen Verteidiger kriegt dadurch weg. War doch eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, hups. Jetzt hier nicht meine Fernkämpfer attackieren. Na, vielleicht kriegen wir da noch ein kleines Feuerchen hier Licht. Die Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ei, 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 ei. Die Verteidiger, also meine Leute nehmen zu, das ist wunderbar. Und der Gegner, der macht jetzt nicht so viel, um mich nachhaltig zu schädigen. Richard braucht noch hoffentlich eine ganze Weile. Das Schwein soll auch noch sich Zeit lassen. Und Saladin ist ja in dem Sinne auch noch weit davon entfernt, mir gefährlich zu werden. Achtung! Unsere Goldvorräte wachsen. Das sollten wir jetzt lassen. Jetzt sind wir auf 50% runter. Und los! Und weiter! So, das Feuer ist gelöscht. Dann können wir versuchen, den Herrn mal den Garaus zu machen. Weil 500 Gold wäre jetzt ziemlich nice. Und so eine Nahrungsmittel sind auch top. Waffen geschultert in euren Wunsch. Eine Nachricht der Ratte. Oh, 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 oh. So, jetzt werden wir ganz langsam auf die Ratte zugehen. Das sind schon viele Feinde da. So, auch mehr Holz. Vielleicht sollte ich das Ganze bestäumigen, wenn wir nicht den ganzen Armbrust schützen, denn es hier. Hauptsache, er kommt nicht auf die Idee, mich anzugreifen, weil das ist schon nicht gerade wenig, was da steht. So, wir arbeiten jetzt so ganz langsam nach vorne. Hier drauf schießen. Stopp und wegschießen. Na, hau die weg, Leute. Komm, der kann auch vielleicht... Achtung und los. Vielleicht jetzt irgendwie so platziere, dass jeder hier auf der anderen schießt. Ich schreiere dann und muss auch da oben hingehen. So, wir werden mal verhindern, dass er hier weiter, äh, zur Stelle. Leute baut. Eigentlich noch weniger Armbrust schützen. Vorwärts. So. Ja, dieses Wort so. Benutzt sich viel, 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 zweifelig. Ich bin zur Stelle, dass wir ein Waffenlust schützen. Ja, äh, Waffenlust schützen. Perfekt. Brauchen wir jeden Mann, der uns verteidigen kann, gegen die Feinde. Und sonst, glaube ich, müssen wir schon wieder ein paar investieren. Scheiße, das war eigentlich locker ein oder zwei zu viel. Hätte ich eher noch was in, äh, in die Waffenproduktion schwecken sollen. Oh, shit. Oder in die Verteidigung. Kann ich da einfach hochlaufen? Ja gut, na dann, äh, laufen wir jetzt einfach hoch. Und machen die, und keine Lebensmittel mehr. Das ist richtig, richtig scheiße. Wir versuchen ja als nächstes, äh, an Eisenrand zu kommen. Wir bräuchten eigentlich noch Steine, damit wir hier vielleicht einen Turm hinmachen können. Damit wir unsere Eisenproduktion nachhaltig schützen können. Aber das glaube ich, das kann ich vergessen. Im Laufschritt. Eischofiechismatikon. Das muss ich eher anders machen. Hm, sieht gut aus. Brot und Früchte, sehr schön. Bitte nicht weh. Bitte nicht. So, die Piken werden wir weiterhin verkaufen. So, jetzt darf ich einmal Böden kaufen. Und noch einen Bogenmacher. Vielleicht sogar zwei. Wo die einzige Geldfälle ist, sind meine Piken. Sollte ich eher noch mehr Piken bauen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Herr. Sind auf dem Weg. So, ich muss meine, äh, meine Eisenlinien beschützen. Achso, ich hab nie Gold. Ey, sollte auch zuhören. Das war manchmal sehr schwer. Bin zur Stelle. So. Bin zur Stelle. In Bewegung. Können wir hier noch ein Eisenfeld hin. Eisenmine. Sehr schön, wenn ihr die da so schön killen. Oh shit, ich habe keine Nahrung mehr. Euer Gnaden. Ich gehe jetzt eher ein bisschen auf Angriff. Und versuche mal hier vielleicht einen Brand zu legen. Sehe ich auch so. Papiss dich. Schaffe ich es. Na, er hat es abgebaut, leider. Na, da hätte wer sowieso nicht durchgekommen. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht hier hinrennen kann und das anbrennen kann, aber das funktioniert ja überhaupt nicht. Dann sind ja Bogenschützen drauf. So. Das läuft doch an sich ganz gut. Wo will er denn hin? Wenn nicht alle zusammen. Doch. Wir müssen mehr investieren. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Und mehr Eisen, die ich habe, umso mehr kann ich überhaupt schaffen hier. Pieken haben wir jetzt ausreichend. Also ausreichend. Man hat nie ausreichend, aber ich kann jetzt noch ein bisschen was verkaufen. Dann fangen wir jetzt mal an mit Brot herstellen. Es kommt kostengünstiger, wenn ich einfach nur Getreide kaufe. Entschuldigung. Da war eine Fliege. So. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Ja, Rücken aus. Wir könnten mit einem mit einer Balliste könnten wir eigentlich schon machen. Wir haben kein Gold, um die Scheiße zu kaufen. Das ist mit der Vorräte schwinden dahin. Euer Gnaden. Bogenschützenbereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr. Stopp. Schießt ihr erst weg. Sehr gut. Wir können ihn weiterhin drängen. Wie viele Leute haben wir? Wir haben genug. Wir haben kein Holz. Eure Befehle? Oh, die Ersttruppe vom Saladin sind da. Das ist jetzt richtig. Hm. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Jetzt brauche ich noch Geld, um mir auch eine Balliste zu bauen zu können. So. Jetzt sind wir hier unten in Ständigkeit und ziemlich dezimiert. Bin zur Stelle. Ja. Sind auf dem Weg. Ihr habt nicht genügend Güter. Auf Bögen. Bin's eine Nachricht von Richard Löwenherz. Was hat er denn da kaputt gemacht? Wie war das? Oh ja. Mein Gott. Der Holzfäller ist jetzt nicht so wild. Ihr habt nicht genügend Güter. Bin zur Stelle. Es wird ein Waffen benötigt. Mein Bogen ist eine Nachricht der Schlange. Du brennst jetzt das an. Der Herr muss weg. Nee. Nee. In der Augen. Mittelmäßig. Kratzen wir immer kurz vorm. Äh. Vom Verhungern. Kommen wir darüber. Nee. Nee. Nee, dann nicht. Dann können wir uns noch ein bisschen weiter auf den Mini-Hügel draufstellen. Oh. Wir haben schön viel Eisen. Äh. Schön viel Holz. Mein Herr. In Bewegung. Balliste. Bereit, Milo. Im Generell ziemlich wenig, wa? Ist hochgekurbelt. Der kommt da hin, aber nicht darüber. Ich fühle mich auch verarsen, wa? Das sieht ja schon mal sehe ich aus. Ich muss zugeben, die Lage ist, äh, nur ja. Fast, ähm, fast eine Schwertschmiede machen. Mach ich mal. Ach, schluss. Na, dann hat er immer nur Schwert. Aha, ohne Rüstungen. Na, kriegen wir vielleicht den Brunnen angezündet. Wir haben nicht genügend Güter. Es werden Rekruten nicht sein. Das ist jetzt ärgerlich. So, wir brauchen noch eine Rüstungsschmiede. Und wir den Ungeschützer unserer Angriffsschalt macht. Die lässt schon zu wünschen übrig. Vielleicht sollte ich eher auf die Angreifer zielen. Das hat dann ganz schön viele Scheiße. Wir versuchen einfach mal unser Glück von vorne. Der hat ja nicht mehr viel. Bogenschützen bereit. Nein, ich bin schön für Eisen. Wir haben nicht genügend Güter. Ja, und Kindernahrung. Bin zur Stelle. Wir sind bereit. Ich hoffe, das reicht, um ihn zu krähen. So. Dann brauchen wir einfach noch mehr Eisenminen. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben wirkt. So, und demnächst werden wir anfangen, vielleicht mal ein paar Mauern, nicht Mauern, aber zumindest Türme erstmal zu machen. So, wir werden jetzt ganz viele Nahkämpfer mitnehmen. So, acht Stück Scheiße. Naja, das sind zu viele Gegner. Wir haben wohl leider noch ganz schön viele dahinter. Oh, sechs Stück. Ihr könnt auch uns zählen. Ihr verlangt viel. Wohin gehen wir? Na. Komm, rein nach. Jedes bisschen Dämmel ist es gut. Ah, und Richard kommt. Scheiße. So, die ganzen Anlass-Truppen kommen wir zurück. Ja, scheiße, er muss sich da alleine gegen so viele Gegner behaupten. Nee, nee, nee. Komm, wir warten aufs Stecken. So, zu dritt. Ja, los, los. Nein. Fuck. Das ist jetzt richtig beschissen. Oh, sehr schön. Das war jetzt eine super Finanzspritze. Ähm. Oh. Er hat keine Namen mehr, kann das sein. Fuck. Das ist ziemlich, ziemlich sehr scheiße. Aber ich habe auch nur einen Bäcker, wie ich gerade sehe. Das erkennen wir da, dass er denn nicht stört. Wie viele fucking Eisenminen habe ich denn? So. Ihr seid Elfusgrösel. Was rausheben von meinem ganzen Geld. Sonst können wir meine Leute nicht wieder. Es werden Rekruten benötigt sein. No. Wir sehen, wir kommen jetzt aber die zwei. Macht ihn kalt. Es werden Waffen benötigt sein. Sie sind wehrlos. Oh, zum Glück nur die Weltkämpfer. Zu dem Zeitpunkt gerade ein bisschen geleckt, als ob er gleich alle losschicken will. Die Pieken verkaufen wir wieder. Ihr habt nicht genügend Güter. Wenn es jährlich erkruten benötigt sei. Wir folgen euch, Herr. So, dann nehmen wir eine Pestbeule wieder los. Und wir werden uns jetzt um den Turm kümmern, damit wir unsere Eisenminen erfolgreicher versichern. Beschützen können. Jetzt können wir mal wieder ein Stück schneller machen. Oh, nein, nicht du jetzt. Es ist nur noch einer. Oh, zum Kotzen. Das ist jetzt richtig Killer für meine Wirtschaft. Da die Schwertkämpfer es auch nicht geschafft haben, ihn zu killen, jetzt doch noch weiter eine Stressbacke direkt vor mir. Naja, muss ich jetzt irgendwie mit klarkommen. Also, wir werden uns wieder aufbauen. Und wir werden uns wieder aufbauen. Aber kein Bullshit. In Bewegung. So, er geht wieder nach Hause. Und ich kann hier mein Türmchen basteln. Der altbekannte Super-Atom. Boop. Boop. Bogenschützen bereit. Und Marsch. Es wird die Waffen gelöst. Mein Schall ist nicht die Waffen gelöst. Es wird die Waffen gelöst sein. Ihr habt nicht genügend Güter. Es wird ein Waffen gelöst sein. Hat er sein Torhaus erneuert? Ja, shit. Können wir mal jetzt in den Chaos aus? Nein, der Verteidiger. Krieg ist ein gefährliches Spiel, mein Lord. Wie ihr seht. Ach, komm, die Fresse. So. Es werden Rekruten benötigt sein. Eine Nachricht der Schlange. Nun, wir sollten abdrücken. Ja, das solltest du tun. Was hat er hier? Baumeister-Gelder. Ist jetzt nicht so nett. Nein, der kann da nicht hinschießen. Eine Nachricht vom Schwein. Ne, gut. Hat er lange gehalten. Eine Nachricht der Schlange. Schnell hoch da. Machen wir die Straßbacke wenigstens weg. Bitte jetzt. Eine Nachricht der Schlange. Oh, ich kenne viele... ...die sind viele Leute. Es werden Rekruten benötigt sein. Wir machen ja keine Nahrung ab. Eine Nachricht der Schlange. Verschont mich. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. Bin zur Stelle. Ich denke, ich könnte da einen neuen Turm hinstellen. Aber der wird ja dann auch nur wieder weggeschossen. Ich stelle hier einfach einen großen hin. Einen großen auf der Seite. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So. Ihr seid sehr drittgrößte Herrscher. Bogenschützenbereit. In Bewegung. Und hier unten... Oh, schon wieder keine Nahrung. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Scheiße, seid ihr stein verkauft? Das war nicht klug. Ah, ich habe keine Mühle mehr. Ihr, das ist bitter. Los. Und wie viele zu viele Leute... Achso, ja, da werdet ihr alle nicht hier arbeiten. Dafür, dass ihr von ihr Essen bekommt, müsst ihr auch arbeiten, Leute. Ja, weil ich scheiße Herrscher bin. Ich weiß. Oh, und da ist ein Baum gewachsen. Sonst hätte ich jetzt da wieder einen Baum hinsetzen können. So, aber es geht voran. Vielleicht dann nur... Vielleicht nur so einen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Wohin gehen wir? Die Waffenkammer ist voll. Na, der Teuker sehr gerne. Eine Nachricht vom Schwein. Das ist so was verkaufen, ne? Es werden Waffen benötigt sein. Ist schon alle drauf? Scheiße sind das wenig. Fällt auch noch nicht so wenig. Fließt in die Volkskammer, es ist nicht geneigt zu sein, mein Lord. Schaffst du das? Allzeit bereit. Oh shit. Oh shit. Womit kann ich die... Äh, Jüngling, schaffst du das? Schaffst du das? Alter, gerade so. Fuck. Ja gut. Ich glaube, es läuft gerade nicht so top. Hier nimmt man die ganze Nahrung, mein ganzes Geld. Kommt bloß wieder zur Burg, sonst bin ich am Arsch. Es kommen Leute zur Burg. Oh man, ja hier sind die ganzen Verteidiger, die eigentlich mich verteidigen sollten. Und dann einfach so versuchen, so viel wie möglich da aufzustellen, damit keiner mehr zu mir hochkommt. Ähm. Was wir machen könnten. Und dann einfach noch ein, zwei Rüstungen. Schmieden. Eine Nachricht von Saladin. Eure barbarische Vorgehensweise. Eure primitiven Pläne. Ihr seid zu durchschaubar, mein Freund. Ja, dann muss mich jetzt ja trotzdem nicht killen, Junge. Bin zur Stelle. Hier ist nur drauf. Ah, oh, ich fühle mich auch Verlust. Ich glaube, ich muss mal wieder ein paar Ambusss spendieren. Die Waffenkacka ist voll. Meine Streitkräfte haben euch erneut zugesetzt. Fahrtasten. Das ist nur der Anfang vom Arbeiterbrüchert. Wir benötigen Gold. Ihr habt nicht genügend Güter. Es werden Waffen benötigt sein. Zur Stelle. Vorwärts. Die treffen die nicht ordentlich. Das ist zum Kotzen. Aber schon eine gute Verteidigungsstreitmache aufgebaut. Eure Beliebtheit steigt. Eine Nachricht von Salern. Bei allen Heiligen. Ihr kämpft gut. Zu gut fürchte ich. Zu gut kann man nie kämpfen. So. Nächstes werden wir uns das Schwein verknüpfen. Obwohl der auch nicht fertig war. Der ist nie fertig geworden. Dann können wir so vielleicht sogar zuerst sehen. Wir sind bereit. Bin zur Stelle. Okay. Cool. Wir folgen euch herr. Und los. Dann können wir sogar noch mal schneller machen. Wurde ich jetzt auch nicht wirklich Merkel entschickt. Da war ja ein Problem. War das gleiche mit der dreckigen Nahrung. Alter, fressen die schnell. Fressen mir die ganzen Haare vom Kopf. Hier noch mehr Eisenminen hin. Würde ich so nicht so beschissen platziert haben. Dann definitiv. Na egal. Sind ja so schon viele. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Waffen benötigt sein. Die machen wir auch noch da oben rauf. Es werden Rekruten benötigt sein. Wie hat er denn jetzt hier nun wirklich? 87. Boah. Geht gut. Warum hat er dann so viele Pieken? Aber nichts anderes. Alles klar. Scheißübertreiber. Eine Nachricht vom Schwein. Schlaf die Trommel. Blass das Horn. Das Schwein ist im Anbarsch. Direkt von vorne. Oh shit. Eure Beliebtheit steigt. I need money. Sonst bin ich gleich tot. I need money. Eine Nachricht vom Schwein. Ich mache Hackfleisch aus euch. Ich bin zur Stelle. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt sein. Ich bin zur Stelle. Vorwärts. Pekiniere. Oh, jetzt hat er Türme hinbekommen. Na toll. Eure Beliebtheit sinkt. Mh. Ich probier's trotzdem. Oh. Mal wieder keine Nahrung. Ist ja ein ekelhafter Zustand hier. Eure Beliebtheit steigt. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Ach, doppelte Ration habe ich. Keine Steuern. Ich wundere, dass es immer so schnell war. Na gut. Also extra früh bemerkt. Ich weiß, was ich noch mache. Ich baue noch ein paar Neuchelmörder und versuche, seine Belagungswaffen kaputt zu machen. Damit meine anderen Leute besser durchkommen. Und vielleicht nicht so eine hohe Verluste haben. So. Ich probier's jetzt einfach mal. Schultert die Waffen. Aber gern. Wenn das war ich hier. Was wünscht ich? Da kommen wir einfach auf da. Vorwärts. Das habt ihr schon gesehen. Ne. Wir werden überfallen. Ei. Uns entgeht niemand. Klassischer Sturm. Einfach raufrennen. Mal gucken. Das ist ja doch oben rauf. Oben rauf. Sehr schön. Der ist kaputt. Hier geht da rüber. Na, der sieht klar. Wir haben sich dabei drauf gedauert. Wir können trotzdem versuchen, einfach mal durchs Hauptort zu kommen. Und dann müssen wir uns hinter der Kapelle verschanzen und einfach die Mauern einreißen. Niemand. Ei von der Fika. Hier ist eine Nachricht von euch. Ich halte jetzt hoch da. Schön. Ihr könnt ein paar Gebäude einreißen. Wie wäre es mit einem Pferd? Los, Leute. Knüppelt sie nieder. Sehr schön. Der nächste ist weg. Und meine Knochen müssen in dieser elendigen Rüstung... Sehr, sehr, sehr gut. So, diesmal werden wir uns aber mit dem Wertenschwein beschäftigen. Jetzt haben wir... Alles klar. Voll gut. Jetzt hat er mir richtig viele... Richtig viele Waffen vermacht. Dann können wir das Schwein umso besser angreifen. Bei so vielen Leuten. Es werden Rekruten benötigt, seien. So. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Steinchen. Ich brauche jetzt Steiner. Mein Herr. Einer führt alle. Ballisten. Belagerungsgeräte. So. Und wir stellen den Tom jetzt nach hier. Eure Befehle? Euer Gnadene Lagerungsgeräte. Wir werden überfallen. Es werden Rekruten benötigt, seien. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, seien. Was wünscht ihr? Ei. Auf dem Weg. Ei. Es werden Rekruten benötigt, seien. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, seien. Ei, 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 ei. Oh, kacke. Oh, sind viele Leute. Wir haben nicht genügend Gold, my Lord. In Bewegung. Kein Gold. Oh. Oh, jetzt haben wir aber ganz schön viel Gold. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, seien. Es werden Rekruten benötigt, seien. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt, seien. Waffen benötigt, seien. Wir freuen euch, Herr. So, haben wir doch besser überstanden, als ich gedacht habe. Ich glaube, ohne die Bogenschützen wäre alles hart geworden. Wir stehen zu den Ordnung. Was wünscht ihr? Kann man fast vorstellen, dass das reicht an Truppen. 87, wie viel habe ich? Eure Landschaft? Auch 80 ungefähr. Ja doch, genau 80 sogar. Und der hat nur eine kleine Welle. Perfekt, denke ich. Müsste das reichen. Ei, wir sind bereit. Es werden Waffen, es werden Waffen benötigt, seien. Aber auch noch einfach nochmal ein paar Schwertkämpfer dazu. Äh, möchte mal da dazu hin. Eure Beliebtheit sinkt. Kaum das Situat wird. Oh. Wieder das altbekannte Problem. So, hier. Zu densten. Komm, wir bändeln uns jetzt hier nach unten. Eine Nachricht von Saladin. Die Zeit läuft euch davon, mein Freund. Schultert die Waffen. Lava, keine Bullshit. War das hier kaputt? Eine Nachricht vom Schwein. Oh, wow. Ihr kämpft nicht richtig. Ich drängst euch mehr an. Oh, warte mal, Jüngling. Aber gern. Du hast gleich jede Menge Probleme. Wir können da ein paar Mann nichts gegen machen. Die anderen werden auch nicht helfen können. Eine Nachricht vom Schwein. Das sind ganz schön viele. Wir probieren es trotzdem. In Ordnung. Eine Nachricht von Saladin. Bei allen Heiligen ihr kämpft. Oh, Rainer. Zu densten. Hallo hoch. Eine Nachricht vom Schwein. Sehr schön. Er geht vorne raus. Vielleicht können wir ihn assassinieren. Vorwärts, Männer. Wie ein? Ne. Jetzt kommen sie zurück. Da können wir wenigstens ein Paar davon abhalten, hochzugehen. Was wünscht ihr? Vorwärts, Peking, Eile. Und los. Oh, doch, doch, doch. Definitiv. Ei, ei, ei. Weggekloppt. Geht ja auch immer schon fast eine Stunde, 50 Minuten Action hier. Scheiße. Ja, er hat zum Glück noch keine Belagerungswaffen auf seinen Turm. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Ja. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Ich kann mich einfach mal nicht scheiße lassen, oder so? Es werden Waffen benötigt, Seyer. Unsere Lebensmittelvorräte schwindet, Seyer. Unsere Schatzkammer lebt, Seyer. Unsere Schatzkammer lebt, Seyer. Eure Lordschaft bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Seyer. Bogenschützenbereit. Mein Bogen ist teuer, Herr. Ich bin jetzt schon wieder, wenn das Streit macht, hierhin stehen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Bin zur Stelle. Nein, nein. Weil es vielleicht doch nicht so gut, die Rüstungen zu verkaufen. Das stimmt, der hat ja auch noch nichts. Nur noch kaputt. Das sollte eigentlich mehr als reichen, was da an Verteidigung steht. Da muss ich jetzt eigentlich doch nichts mehr drin investieren. Aber ich glaube, vielleicht noch ein paar berittene Bogenschützen. In Angriff unterstützen. Eigentlich hat er ja nichts. Ich glaube, ich habe keine Einheiten anklickt. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Hat wir? Ne. Das glaube ich kaum. Ich bin der, der überfällt. Mein Bogen ist teuer. Mein Herr. Rücken aus. Ich stehe uns ja einfach mal hier oben drauf. Obwohl wir den ganzen Schwert können wir dann entgegenlaufen, aber ist egal. Eure Leutschaft. Zum Monokom. Eure Befehle. Wir drehen wir mal ein bisschen teuer. Das ist egal, ob wir jetzt da zwei drauf gehen oder nicht. So. Und gehen wir hier hin. Ja, die Schleuderschützen sind eigentlich sinnlos, aber ist egal. Bogenschützen bereit. Ja, können wir noch ein Stückchen nach vorne gehen, damit wir die Bogenschützen auf dem der Mauer auch noch wegbekommen. Mein Herr. Rücken aus. Eure Befehle. Ich glaube, wir stellen uns hier sogar auf den, auf den kleinen Hügel. Wir müssen unsere Männer hier nicht durch den Dreck watscheln. Wieder keine Nahrung. Das ist ja zum Mäusemelken hier. So. Ich muss jetzt bis Ende des Games weichen. Da wollen wir noch unsere Bogenschützen nach vorne. Ah, es wird, wie es wird. Wir reifen benötigt, Seyer. Wir folgen euch, Herr. Was ist denn die Mühle kaputt? Nee. Die Bäckereien kommen schon wieder nicht hinterher, oder was? Ja, will ich doch gerade was gegen den Unternehmen. So, ich würde sagen, wir probieren uns einfach mal da einzufallen. Auf dem Weg. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er das schafft zu überleben. Ich finde, wir sind ja auch nur Bogenschützen. Wir stehen zu Dienst. Kommt auch mal hier rüber. Wenn ich mich so umsehe, fühle ich mich nicht besonders wohl. Ich darf mein Volk nicht enttäuschen. Eine Nachricht von Saladin. Ich laber nicht. Jetzt ist ein Ende gekommen. Er hat aber auch eine Milliarde Bäckereien hier. Aber er hat auch keine Pechwerfer. Das ist sehr gut. Dann wird es definitiv geritzt sein. Egal, was da jetzt alles kommen mag. Das Gemetzel zwischen den Bäckereien. Oh, ich probiere diese Feuerwerfer. Ich gehe jetzt einfach ganz, ganz schnell nach oben. Das reicht trotzdem, oder? Ja. 52 Minuten, alter Scheiße. Und ein Mini-Neustart. Ja, okay. Aber es ging echt nicht anders. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge von Stronghold Crusader. Wenn es dann heißt, die verlorene See. Mission 47. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass das so schwer ist. Aber das werden wir dann sehen. Ich so, bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.